Hallo Freunde und Willkommen. Da ich doch immer mal wieder gefragt werde, ob man Metasploit auf einer Windows-Maschine installieren und nutzen kann, will ich euch in diesem Video schnell zeigen, wie das geht. Allerdings will ich euch an der Stelle auch sagen, dass das eigentlich eher unüblich ist, mit Metasploit auf einer Windows-Maschine zu arbeiten, aber möglich ist es. Als erstes laden wir uns Metasploit hier herunter, die richtige Version, die wir brauchen für Windows. Ich habe das jetzt schon gemacht, um Zeit zu sparen. Sieht dann so aus hier. Den Download-Link findet ihr natürlich unter dem Video. Ich ziehe mir das jetzt einfach mal rüber hier auf eine virtuelle Maschine und mache das einfach ein bisschen größer. Genau. Und schon können wir, also die Installation, die ist ganz einfach. Ja, im Prinzip die ganz normale Windows-Installationsroutine hier. Ich bestätige nochmal mit Ja. Und schon geht es los hier. Allerdings genau der Nachteil ist hier, wenn wir damit unter Windows arbeiten. Ja, am besten machen wir das auf einen Extra-Rechner oder einen Test-Rechner. Denn wir werden gleich sehen. Ich klicke jetzt einfach mal auf Next hier und akzeptiere hier und Next. Hier wird ein Ordner erstellt. Ich lasse das jetzt einfach mal so die Standard-Einstellung. Und hier sehen wir schon, wir müssen unsere Antivirus-Software deaktivieren und unsere Firewall. Ja, das ist einfach erforderlich, damit wir richtig arbeiten können. Damit funktioniert es da gar nicht. Deswegen ist das natürlich ungünstig hier. Ich deaktiviere das jetzt mal. Ich versuche mal, wenn ich jetzt auf Next klicke, ob es weitergeht. Okay, Antivirus. Okay, das geht jetzt gar nicht weiter. Also wir können es gar nicht installieren erst. Ich deinstalliere einfach mal schnell hier. Das ist jetzt eine Windows 8 Maschine. Hier Windows Defender hier. Ich habe jetzt nichts weiter drauf. Und hier unter Einstellungen. Echt. Seit Schutz, beziehungsweise wir können hier auf der linke Seite ja unter Administrator hier diese App aktivieren. Okay. Ich nehme mal den Haken raus hier und schon ist unser Antivirus hier. Oder meins hier. Der Windows Defender hier aktiviert. Äh, deaktiviert. Sorry. Hier kommt noch mal eine Warnung. Firewall. Kann ich erst mal so lassen, denke ich. Zack. Next. Genau. Hier haben wir noch mal hier ein paar Einstellungen. Können wir uns anpassen, wie wir das wollen hier. Ich lasse das jetzt einfach mal auf Standard. Hier alles. Localhost. Yes. Okay. Wir trusten. Okay. Und jetzt einfach auf Next klicken und schon geht es los hier. Äh, das dauert etwas länger. Hier müssen wir geduldig sein. Ja, das kann dauern jetzt. Äh, ich werde auch mal hier Pause machen an der Stelle und bin gleich wieder da, wenn das jetzt durch ist. Das dauert ein paar gute Minuten. Hier vier, fünf, sechs Minuten. Je nachdem. Ja, müssen wir einfach abwarten, bis der Balken hier voll wird und der Next Balken hier, ja, aktiviert wird. Ja, wenn der Balken hier voll ist, dann müssen wir noch mal ein, zwei Minuten warten, bis alles richtig durch ist und dann können wir erst auf Weiter klicken. Ich mach mal jetzt Pause, wie gesagt, und bin gleich wieder da, wenn das durch ist. Hier die Installation. So, das ist jetzt durch. Das hat jetzt bei mir ganze elf Minuten gedauert, ja. Jetzt einfach auf Finish klicken. Wenn wir hier das hacken lassen, dann wird, wird die Web Interface hier direkt gestartet erst mal. Ich klicke mal auf Finish und das dauert jetzt auch mal ein paar Sekunden wahrscheinlich hier. Und da wird jetzt hier, ja, in meinem Fall der Internet Explorer hier geöffnet. Das kann jetzt auch nochmal ein paar Minuten dauern, wenn ich Pech habe. Okay, das hat jetzt, genau, das ist jetzt dieser Willkommen-Fenster. Hier haben wir noch ein paar Hinweise und hier haben wir nochmal, ja, einen Link hier. Einfach drauf klicken und schon können wir, genau, hier ist noch mal ein Hinweis. Ja, das kann bis zu zehn Minuten dauern, bis jetzt unsere Web Interface hier gestartet wird. Ich hoffe, das dauert jetzt nicht so lange, bis es geladen wird, beziehungsweise können wir inzwischen auch uns eine Kommando-Line hier, ups, starten, cmd. Genau, hier ist jetzt dieser User Web Interface hier, einen beliebigen Username und Passwort vergeben und hier auf Create Account klicken. Ja, wir können uns hier ein Metasploit Account erstellen. Ich schließe das jetzt aber erstmal und starte hier meine eine Kommando-Line hier. Ich mache das einfach ein bisschen größer. Hier vielleicht, äh, 300 mal 600 und ein bisschen größer die Schrift. Genau, und wenn wir jetzt, ähm, ich gehe mal ganz kurz, zack. Genau, hier sehen wir auf C haben wir einen neuen Ordner hier mit Asploit. Das können wir jetzt auch hier sehen. C mit Asploit. Sieht hier so aus. Ja, da haben wir die ganzen Badge-Dateien. Zack. Ja, und schon haben wir hier können wir die Konsole starten. Und ja, alles Mögliche hier. Genau, MSF Venom und so weiter. Wenn wir jetzt, äh, einfach die Konsole Konsole meinetwegen starten wollen. Wir wollen ja einfach Konsole Badge und Enter. Und schon wird unsere Konsole hier gestartet. Das dauert, also hier müssen wir wirklich geduldig sein. Das kann jetzt auch ein paar Minuten dauern, bis es gestartet wird. Ich brauche jetzt nochmal, ähm, kurze Pause an der Stelle und bin gleich wieder da, wenn das gestartet ist. Denn das kann jetzt vier, fünf Minuten dauern. Äh, ich mache mal Pause und bin gleich wieder da. So, unsere Metasploit-Konsole ist jetzt gestartet. Das hat jetzt bei mir hier drei Minuten gedauert. Ja, und schon können wir losliegen hier mit unserem Netzwerk zu testen. Unser NAS-Server oder Smartphone, was auf immer. Ganz, ganz wichtig natürlich. Wir dürfen damit nur in unserem eigenen Netzwerk, auf unserem eigenen Gerät damit spielen, sozusagen. Ja, alles anders. Finger davon lassen. Das ist illegal. Und ja, das war's im Prinzip auch schon alles. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, einfach einen Kommentar hinterlassen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Das war's. Vielen Dank.